Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Adeptus Stammtisch. Wir haben heute eine neue Folge Better Battle Ready und ihr seht schon, es soll heute um den Container gehen, den wir von Tabletop Forte gestellt bekommen haben. Den habe ich schon schwarz grundiert. Da könnt ihr euch aussuchen natürlich wieder wie immer, welche Grundierung ihr verwendet. Ich habe mich für eine Airbrush-Grundierung entschieden, weil die einfach dünner ist als die über die Dose. Aber wenn ihr keine Airbrush habt, könnt ihr natürlich auch eine Dose nehmen. Das ist völlig egal. Nur das Einzige, was ihr mir versprechen müsst, ist, macht es nicht mit einem Pinsel auf das Rohrmaterial. Bitte, bitte. Ja, mein Ziel war es, den Container Battle Ready zu machen für unsere Killteam-Platte mit dem Ork-Gelände, was ich ja bereits auch bemalt habe. Das habt ihr auch schon mal gesehen. Und ich habe mich dabei an ein Schema gehalten, das ich mir bei Mediocre-Hobbys abgeschaut habe. Das werde ich natürlich auch verlinken, weil derjenige hat sich das ausgedacht. Dementsprechend sollte er dafür auch die Ehre kriegen. Und ansonsten habe ich mich dafür entschieden, alles weitere zu improvisieren, tatsächlich. Und ich fange hier an mit Burnt Amber. Mit der Airbrush. Das könnt ihr natürlich auch pinseln. Ist natürlich blöd. Gerade für Gebäude eignet sich eine Airbrush hervorragend. Und ja, wenn ihr merkt, dass ich hier an einigen Stellen unschlossen war, dann war das wirklich, weil ich mich dieses Mal einfach da reingesetzt habe und einfach mal ausprobiert habe, tatsächlich. Ohne mir vorher ein Konzept zu überlegen. Außer, dass es natürlich am Ende so aussehen soll wie meine Platte. Ihr seht, ich habe jetzt hier das Burnt Amber trocknen lassen auf dem ganzen Container und möchte jetzt das Billboard mit Thresh Metal von Scale75 bemalen. Das mache ich natürlich auch in der Airbrush, weil es eine große Fläche ist. Dafür brauche ich Airbrush thinner, weil die Scale-Farben relativ dickflüssig sind. Die basieren hier auf so einer Art Gel. Und ihr seht schon, ich fange dann an hier das Billboard zu sprühen mit vorsichtigen Sprühstößen, beziehungsweise kurz auch einen Sprühfluss. Und der Vorteil an dieser Scale Thresh Metal Farbe ist, dass sie besonders schmutzig aussieht. Die ist so eine Mixture aus Silber und einem Braun, also als ob da so ein braunes Wash mit drin ist. Und ihr seht das hier an manchen Stellen, dass das so ein bisschen braunfleckig wird. Also es sieht wirklich nach ranzig, ja wie soll man es noch sagen, ranzig, abgeranzt eben oder so, auch vom Schrottplatz, dass das so aussieht. Und ich bin inzwischen wirklich ein großer Fan von dieser Farbe. Danke nochmal an Daniel, dass der mir die empfohlen hat. Und ich finde es passt halt einfach super zu Orks. Also wenn man so ein abgeranztes Metall hat, immer super für die Orks Schrottplätze. Und genau, deswegen habe ich mich dafür für diesen Metallton entschieden. Und habe damit das Billboard und viele kleinere Sachen noch bemalt. Aber das kommt später auch nochmal, deswegen will ich da jetzt nicht vorgreifen. So, nachdem das Silber jetzt gesprüht ist, seht ihr, ich hatte ein bisschen Overspray unterhalb des Billboards. Da habe ich nicht aufgepasst. Was ihr jetzt machen könnt, hier zeige ich es nochmal. Was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt es nochmal mit Burnt Amber korrigieren. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil, better ready, es soll ja möglichst schnell gehen. Dementsprechend werde ich jetzt einfach direkt anfangen mit Orange Fire zu sprühen. Das soll quasi unser Rostersatz sein. Ich weiß, in dem Video von Mediocre Hobbies ist das ein bisschen anders. Das ist mit Dry Brushing. Ich habe das jetzt für mich hier ein bisschen adaptiert, damit man Orange in die Ecken sprüht. Ich habe mir hier einige Stellen ausgesucht. Das sieht man auch im weiteren Video noch. Da seid ihr völlig frei, wo ihr eure Rostkleckse macht. Wie viele ihr macht, wie auch immer. Ich empfehle halt, dass es immer kleine Punkte sind, die man sprüht. Und sobald später dann das Wash drüber kommt, vor allem das Öl-Wash, dann werden die so ein bisschen in das Braun reingearbeitet, was wir vorher gesprüht haben. Und da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass das jetzt erstmal so ein bisschen goofy aussieht. Aber das wirkt später richtig cool. Wartet's ab. Genau, hier habe ich jetzt meine Rostpunkte alle gesetzt und wechsle wieder auf das Thresh Metal. Ich habe versucht, die Farben möglichst gering zu halten. Gerade bei dem ersten Schritt. Später kommen noch optionale Schritte dazu. Wir brauchen ein Stück Pappe. Oder ein Dry Brush. Zum Trockenbürsten. Und ich arbeite jetzt das Silber in die Borsten ein. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum zum Teufel nimmst du ein Stück Pappe dafür und kein Küchentuch. Das zeige ich euch gleich. Denn auf einem Stück Pappe, weil die immer selber so ein bisschen Struktur hat, kann man hervorragend sehen, wann die Farbe richtig oder die richtige Einarbeitung hat. Und ihr seht, es war schon zu wenig eben hier. Jetzt verstreiche ich das wieder. Habe auch noch ein bisschen Farbe genommen. Und das wird jetzt immer weniger und immer weniger. Und ich achte jetzt darauf, wie viel Struktur ich habe. So, und genau diese Struktur, die ich hier zeige, finde ich perfekt, um sie für den Controller, für den Container zu nehmen. Und ich mache jetzt hier wirklich, ohne relativ viel Kraft aufzuwenden, wirklich einen schweren Dry Brush quer über den Container. Also wirklich alles. Außer vielleicht die Kleiderstange. Und ihr seht schon, dass jetzt hier vor allem die ganzen Kanten und so herausgearbeitet werden. Nachdem ich das gemacht habe, werde ich auf Vallejo Thickmatt wechseln. Das ist eigentlich eine Texturpaste, um Schlamm-Effekte darzustellen. Aber ich hatte keine Rostpaste mehr. Dementsprechend habe ich mir jetzt überlegt, oder mache ich halt einfach selber welche. Und habe mir meinen Silikonpinsel genommen. Ganz, ganz wichtig, weil diese Paste wird euch eure Pinsel ruinieren. Da habe ich mir so einen Silikonpinsel genommen. Den habe ich mal von Chris geschenkt gekriegt. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und mache mir hier so ein bisschen von dieser Pampe überall in die Ecken. Beziehungsweise an Punkte, wo ich der Meinung war, dass das da ganz gut passt. Und dann lasse ich das trocknen. Das dauert ein bisschen. Also den Schritt solltet ihr machen, wenn ihr eh gerade Shades aufgetragen habt. Oder was auch immer. Wobei wir eigentlich noch keinen Shade hatten. Aber ihr könnt es ja auch ein bisschen variieren. Also macht es an einem Schritt, wo ihr hinterher ein bisschen Zeit habt. Weil dieser Thickmatt, der dauert so ungefähr, ja ich sag mal eine Stunde. Als nächstes wechseln wir wieder auf unser Thresh Metal. Und werden jetzt die Stellen korrigieren, wo ich zum Teil übergesprüht habe mit dem Orange. Weil ich da nicht aufgepasst habe. Übermalen. Und wir werden natürlich alle anderen Silberparts jetzt des Modells bemalen. Dazu gehört vor allem der Waffenschaukasten, die Klimaanlage, die Dielenbretter unten, die Leiter. Und ja noch ein paar kleinere Teile, die Türmechanismen zum Beispiel. Und die werden wir jetzt alle mit unserem Thresh Metal bemalen. Damit die halt einheitlich in einer Farbe mit dem Billboard sind. Hier sehen wir nochmal die Klimaanlage. Nachdem das bemalt ist, wechseln wir auf Decade Metal. Das ist auch eine Scale75-Farbe, die ich jetzt echt lieben gelernt habe. Das ist ein sehr, sehr dunkler Kupferton. Und das Zeug deckt wirklich wie Sau. Also das, ich habe glaube ich noch keine Schicht erlebt, wo das noch nicht gedeckt hätte. In einer, vor allem in einem auftragen und nicht halt in zwei Schichten, wie immer. Und ihr seht hier schon, dass ich die wirklich nur einmal drauf streiche und die Farbe ist halt wirklich sofort deckend. Das machen wir auf die Gitter von dem Schaufenster. Weil ich fand das eine schönere Abhebung zu den üblichen Metalltönen eben. Und wir lassen die Farbe auch auf unserer Wet Pallet, weil wir die später noch brauchen. Unter anderem haben wir hier auch noch die Treppe. Ich habe mich dann dafür entschieden, die Treppe auch noch in diesem Decade Metal zu malen. Und wie gesagt, später brauchen wir das auch nochmal an ein paar Stellen. Ja, als nächstes machen wir dann unser Billboard fertig. Dafür habe ich mich dazu entschieden, mehrere Farben zu nehmen. Einmal Blue Grey, Pale Blue Grey, so heißt es, von Vallejo. Dann Scarlet Red von Vallejo. Dann Filthy Brown von Vallejo. Und McRagg Blue von Citadel zu nehmen. Statt den Vallejo Farben könnt ihr auch Celestra Grey, Corn Red und Avalon Sudset nehmen. Das sind die Äquivalente dazu. Also wenn ihr kein Vallejo habt, könnt ihr auch die nehmen. Und ich werde jetzt die Buchstaben in einer beliebigen Reihenfolge mit diesen Farben bemalen. Oben die Ikone von dem Ork natürlich auch nicht vergessen. Welche Reihenfolge ihr da nehmt, ist völlig egal. Ich habe ein bisschen Abwechslungsreichkeiten, damit es bunt wird. Weil wir werden das Schild später noch wesentlich runterdunkeln. Durch die ganzen Shades und Drybrushes, die da noch drauf kommen. Dementsprechend sieht es am Anfang etwas Bonbonfarben aus. Aber das wird besser. Ich empfehle euch hier an der Stelle auch definitiv, tragt zwei Schichten auf. Beim Gelb sogar vielleicht eher drei, weil das schon relativ deckend sein sollte. Okay, ihr seht, ich habe mich dazu entschieden, die so wie hier angeordnet zu bemalen. Ich habe meine Box vom Airbrushen wieder umgedreht, weil jetzt werden wir schön mit Ölfarben rumschmaddern. Und gerade wenn man sich großen Sachen damit komplett einschmiert, dann ist das immer eine komplette Katastrophe, wenn das irgendwo auf den Tisch kommt. Dementsprechend drehe ich mir mal so eine Games Workshop Box um und rühre mir jetzt hier meinen Ölbosch an. Ich zeige euch, wie man jetzt die Ölfarbe anmischt. Das haben wir auch schon mal gemacht vor kurzem, aber ich kann das Video noch mal in der Videobeschreibung verlinken. Und ihr seht schon, ich kippe hier den Terpentiner-Satz rein in das braune und dann schön den ganzen Container einschmaddern. Das ist immer das, was am meisten Spaß macht, wenn man sich vorher ausreichend geschützt hat, dass es keine Klecks auf dem T-Shirt geben kann oder auf dem Tisch oder auf dem Handy. Nicht, dass ich das schon mal erlebt hätte. Aber ja, sichert euch lieber ein bisschen ab. Ihr seht schon links, äh rechts vom, von der Schale liegt auch schon ein schöner Schmatterplatzer da. Und jetzt ist der ganze Container da richtig voll geschmattert. Ich mache das jetzt hier noch an der Theke. Das Waffenregal habe ich auch. Was ich jetzt auch noch mache, und das würde ich euch immer stark empfehlen, wenn ihr mit Ölwashes arbeitet, saugt mit der Pinselspitze Überschüsse nochmal auf. Ihr seht das hier, weil das war einfach zu viel, beziehungsweise oben auf dem Billboard habe ich auch zu viel von dieser Farbe gelassen. Das heißt, ich wische die nochmal ab mit diesem Terpentin-Inhalt in meiner Pinselspitze noch, weil das würde sonst too much wirken. Das sieht dann doof aus. Dementsprechend guckt euch lieber nochmal an, was ihr alles gemacht habt und saugt nochmal so diese Pools auf. Nachdem der Container dann jetzt getrocknet und versiegelt ist, ganz wichtig, dafür würde ich euch empfehlen, einen Satin-Varnisch zu nehmen, weil das ist nicht ganz so matt wie das übliche. Und ja, dementsprechend geht es dann weiter mit einem Drybrush. Das habe ich ja schon angekündigt. Wir nehmen da einmal, nachdem ich mir hier das Modell nochmal schön begutachtet habe, wieder unsere beiden Farben, also unser Thresh-Metal und dazu kommt noch von Games Workshop das Riser Rust. Das ist eine ganz coole Farbe zum Trockenbürsten, finde ich. Ich bin sonst kein Fan von den Dry-Farben von Games Workshop, aber das Riser Rust gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, das wollen wir zum Drybrushen nehmen. Hier zeige ich es nochmal. Und ihr kennt schon unser Papp-Brett, unsere Papp-Unterlage, wie auch immer. Und ich mache das gleiche wieder wie vorhin. Ich werde einen Großteil der Farben einfach ausmachen und ich gehe nochmal über das Billboard rüber, damit erstmal eine schöne Silberschicht drüber ist. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, dass sich die Schrift deutlich dreckiger färbt, sage ich mal. Durch dieses braunen Silber eben. Und das machen wir... Oder ihr könnt das auch nochmal über den gesamten Container machen, einfach um das Silber nochmal ein bisschen mehr hervorzuheben. Aber ja, ihr müsst nicht. Also ich habe es, glaube ich, auch nicht komplett gemacht. Ich habe es an einigen Stellen nochmal gemacht, aber nicht überall. Aber das ist komplett euch überlassen. So, das gleiche machen wir dann jetzt mit dem Riser Rust. Bei der Farbe müsst ihr echt aufpassen, weil die ist so dickflüssig, dass ihr da schnell zu viel nehmen könnt. Deswegen geht lieber auf Nummer sicher und nehmt relativ wenig. Ihr seht, ich tippe jetzt wirklich nur einmal rein und verschmiere das jetzt auch wirklich sehr, 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 sehr viel. Und teste das wieder auf meiner Palette aus. Bei dem Riser Rust sieht man das hervorragend, wie gut diese Struktur einfängt von der Pappe. Und deswegen nehme ich aktuell wirklich immer Pappe, um das zu testen. Und auch dann gehe ich wieder über den ganzen Container. Ihr könnt hier ein bisschen stärker sein beim Trockenbürsten, weil ich finde, dass dieser Rosteffekt wirklich, wirklich viel hermacht. Gerade wenn das so ein Satin-Mutt ist auf dem Container. Und diese Stellen, die wir vorher mit dem Thick-Mutt eingestrichen haben, die habe ich noch speziell getrockn gebürstet. Und dadurch wirken die halt besonders rostig. Dann gehen wir jetzt zu Kaki und Ushabdi-Bone über, um auf dem Billboard diese ganzen Knochen zu bemalen. Da reicht in der Regel eine bis zwei Schichten. Das Ushabdi-Bone ist ja relativ deckend. Und statt dem Kaki könnt ihr, das sage ich ja eigentlich auch jedes Mal, könnt ihr auch das Sandridust von Citadel nehmen, wenn ihr unbedingt wollt. Ich persönlich mag das Kaki deutlich lieber von Vallejo, weil das einfach wirklich sich butterweich malen lässt. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Kann ich jedem empfehlen. Sobald das trocken ist, wechseln wir auf das Ushabdi-Bone und ziehen einfach nochmal einen Highlight nach quasi, damit die Knochen sich ein bisschen abheben. Das Kaki bzw. Sundridust haben wir dafür genommen, dass es schon mal einen unteren Shade hat, dass wir da jetzt nicht mit einer Kontrastfarbe oder mit einem Wash drüber gehen müssen. Ihr wisst ja, Zeit sparen, Battle Ready. Dementsprechend habe ich einfach die dunkle Farbe drunter gemalt, die kurz antrocknen lassen und dann jetzt mit den Ushabdi-Bone die Highlights oder die höher gelegenen Stellen bemalt. So, ich hatte es ja schon angekündigt. Das Decade Metal hatten wir ja aufgehoben. Dementsprechend nehme ich mir das jetzt nochmal von unserer Farbe vorher und ziehe hier diese Metallschellen quasi nach, mit denen die Knochen in das Billboard eingesetzt sind und mache da quasi die Verankerung nochmal in diesen Bronzufarbenen, weil die Farbe finde ich einfach mega gut und ich finde, das passt hervorragend dazu. Als nächstes nehmen wir German Beige von Vallejo Model Color. Da könnt ihr auch Rhinoxide nehmen und damit möchte ich die Holzgriffe der Waffen im Schaufenster bemalen und ich möchte das eine Leinentuch bemalen. Mir ist beim Bemalen aufgefallen, dass ich irgendwie beim Trockenbürsten scheinbar den Kleber, den Sekundenkleber an dem Tuch an der Seite gelöst habe. Dementsprechend entschuldige ich dir an der Stelle bitte, dass dieses Tuch ein bisschen gewackelt hat. Beim Bemalen, ich habe das natürlich wieder festgeklebt jetzt, aber ich hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme keinen Sekundenkleber mehr im Haus und musste den erst besorgen. Dementsprechend war ich da relativ vorsichtig und habe das dann bemalt, aber das ist überhaupt kein Thema. Genau, dann bemalen wir jetzt hier das erste Leinenstück. Da seht ihr das, was ich meine eben, dass ich das aussehen abgedrückt hatte beim Trockenbürsten. Und das linke wollte ich in einem braunen Ton haben, die anderen beiden werden dann gleich rot. Und ich finde gerade diese Brauntöne von Vallejo auch super, weil die gehen wirklich butter, butterweich drauf und die decken hervorragend. Dann nehmen wir unser Rot von vorher und bemalen die beiden Tücher noch. Natürlich hätte man das auch in dem Schritt machen können, also während man das bemalt hat, hätte man natürlich die, also das Billboard bemalt hat, hätte man natürlich die Tücher auch schon bemalen können. Ich wollte es jetzt hier Schritt für Schritt halten, aber ihr könnt selbstverständlich das auch in dem Schritt schon machen. Also das macht ja keinen Unterschied. Von dem Rot seht ihr aber schon, weil das jetzt ein bisschen auf der Nasspalette gelegen hat, weil dazwischen ja auch eine Nacht war quasi, weil das Ölwash und die Versiegelung trockenen mussten, ist das schon sehr, sehr flüssig geworden, weil das Wasser reingezogen ist. Dementsprechend werde ich hier zwei Schichten machen. und dann haben wir das auch schon. Weiter geht es mit einer Kontrastfarbe, nämlich Wildwood. Das möchte ich dafür nutzen, um das Holz zu schäden von den Waffen und um die Zwischenräume von dem braunen Stoffstück ein bisschen abzudunkeln, als wir das quasi geschädet haben, weil ich bin kein Fan von einem braunen Wash, sowas wie Agax Earthshade, auf braunen Untergründen, weil das sieht immer doof aus und inzwischen bin ich dazu übergegangen, dass ich dafür Wildwood nehme. Ihr seht jetzt hier, dass ich mit einem wirklich kleinen Pinsel, ich glaube es war eine Größe 0 oder sogar Doppel-Null, jetzt hier in die Zwischenräume der, wie heißt es denn gleich, verdammt? Des Stoffes, dankeschön, wer auch immer das gesagt hat. Dass man da jetzt die Zwischenräume einfach zieht, damit die geschädet sind. Was man auch machen kann, das ist eine Mischung aus einem braunen Ink und aus Snakebite Leather. Das sieht auch wirklich super aus, wenn man damit braune Stoffe shadet. Aber dagegen habe ich mich jetzt entschieden, weil das hier ging schneller. Better Battle Ready, wir wollen Battle Ready werden. Dementsprechend war ich jetzt zeiteffizienter. Dann nehmen wir Black Metal von Scale, da könnt ihr auch ein sehr dunkles Silber nehmen. Ich weiß gar nicht, ob Games Workshop überhaupt ein Äquivalent hat. Das ist noch eine ganze Ecke dunkler als Ledbelcher, ich weiß gar nicht. Und das wollen wir dafür nehmen, um die Metallstange hier, wo die Stofffetzen dranhängen, um die zu bemalen. Weil das Zeug deckt auch wirklich sehr, sehr gut, da reicht auch definitiv eine Schicht. Und ja, dadurch geht das schnell. Dann greifen wir wieder auf unser Decade Metal zurück. Ihr seht schon, ich habe das sehr gerne genommen. Und malen hier diese Fassung, an denen der Stoff hängt. Ich sage mal salopp, dass das die Wäscheklammern sind. Damit malen wir die an. Und dann heben die sich noch ein bisschen von dem Stoff und von der Metallstange ab. Und ja, damit war ich ganz zufrieden. Und ja, damit war ich ganz zufrieden. Als nächstes nehmen wir unser Flash Terrace Red. Das ist auch eine Kontrastfarbe von Citadel, da könnt ihr auch ein rotes Wash nehmen, sowas wie Caroburg Quimson oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es von GW ein rotes Wash gibt. Und da machen wir das gleiche wie bei dem anderen Stoffteil, wir malen das in die Zwischenräume, damit wir da einen Shading Prozess haben und dann sieht es ein bisschen dynamischer aus, als wenn wir das halt so lassen. Danach wechseln wir auf Skegg Brown oder auch Haselnuss Brown, zum Beispiel von Scale, das und damit malen wir so ein paar Rivets auf die, oder was heißt Rivets, so ein paar Holzmaserungen auf die Holzgriffe an den Waffen, einfach damit die nicht nur braun sind, weil ich finde, das sieht doof aus. Und da habe ich dann hier so ein paar Kanten, beziehungsweise so ein Meilenlinien relativ leicht, das Zeug muss nicht besonders gut decken. Auf jeden Fall, damit man ein bisschen Textur auf der Waffe sieht. Letzten Endes ist es ein Geländestück und das soll ja auch nicht die Aufmerksamkeit der Figuren oder den Figuren wegnehmen, sag ich mal. Hier bin ich jetzt unentschlossen, was ich noch machen möchte. Eigentlich wäre er fast fertig, aber für ein paar Kleinigkeiten habe ich mich nur entschieden. Die sind natürlich auch vollständig optional. Und zwar möchte ich noch einen Grott draufkleben. Ich zeige euch gerade hier nochmal den Container. So ist er jetzt natürlich fertig. Der ist jetzt fertig bemalt quasi. Was ich aber eben noch machen möchte, ist, ich möchte da einen Grott-Ladenbesitzer draufkleben. Ich habe ihn eben schon aus dem Bild geschoben. Hey. Und möchte den jetzt oben auf das Dach kleben, weil scheinbar hat irgendein Ork seine Rechnung nicht in 10 bezahlt. Und dann zieht der Chef selber die Waffe. Orks halt. Mach hier nochmal ein Testfitting. Passt er auf den Container oder nicht? Und klebe ihn dann oben auf das Dach neben das Billboard, damit er von da besser schießen kann auf den unfreundlichen Kunden. Ja. Und dann ist der Container fertig tatsächlich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Schaut unbedingt bei Tabletopforge vorbei, wo ihr das Upgrade-Kit für den GW-Container kriegt. Der Grott ist natürlich nicht enthalten. Und ja, lasst den Jungs einen Gruß von uns da. Das ist wirklich ein tolles Kit. Und ja, schaut auch bei unseren anderen Partnern vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, lesen uns im nächsten Artikel oder hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.